Guten Abend, in den Nachrichten heute ein aktuelles Update zur Social-Media-Plattform TikTok. Die Europäische Kommission hat erneut eine Untersuchung eingeleitet. Diesmal steht die App-Version TikTok Lite im Fokus, die in Europa bereits in Frankreich und Spanien verfügbar ist. Diese Version belohnt Nutzer mit digitalen Münzen für das Ansehen von Videos und das Einladen von Freunden. Diese Münzen können später gegen Gutscheine eingetauscht werden. Die EU-Kommission äußerte Bedenken bezüglich der neuen Belohnungsfunktion und deren potenziellen Risiken für die psychische Gesundheit der Nutzer. Es wird befürchtet, dass diese Funktion zu einer Sucht führen könnte, ohne dass angemessene Maßnahmen zur Risikominderung vorhanden sind. Thierry Breton, der EU-Binnenmarktkommissar, erklärte, dass man bereit sei, einschließlich der Aussetzung der Funktion notwendige Maßnahmen zu ergreifen. TikTok steht nun unter Druck und muss schnell reagieren. Sollte das Unternehmen nicht die geforderten Informationen liefern, könnten bereits ab Dienstag Strafen drohen. Die Kommission erwägt sogar, ab Donnerstag die umstrittene Funktion zu blockieren. Bleiben Sie dran, um zu erfahren, wie sich diese Angelegenheit weiterentwickelt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.